In dieser Lektion möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie mit Affinity Photo Landschaftsaufnahmen bereinigen können. Dazu habe ich mir hier zwei Bilder geöffnet, das sind zwei Landschaftspanoramen und bei diesem ersten Bild hier möchte ich das Schild entfernen. Außerdem gibt es hier so einen Draht, der hier lang läuft, den möchte ich ebenfalls entfernen. Bei dem zweiten Landschaftsbild hier möchte ich ein einheitliches Blau im Himmel haben und ich möchte diesen Dunst ein wenig reduzieren. Okay, beginnen wir mit dem ersten Bild. Hier zoome ich mal entsprechend an die Stelle rein, um die es geht. Und zwar beginne ich jetzt als erstes das Schild hier zu entfernen und die einfachste Möglichkeit hier ist erstmal das Klonwerkzeug zu benutzen. Das habe ich hier und jetzt muss ich im Grunde genommen die Größe anpassen und den Übergang vom Klonwerkzeug. Und hiermit möchte ich jetzt erstmal die obere Stelle von dem Schild entfernen. So, dazu wähle ich wieder meinen Referenzpunkt hier an dieser Stelle und jetzt kann ich hier wieder entsprechend in das Bild rein arbeiten. Und damit das Ganze überzeugend wird, werde ich hier jedes Mal wieder mit gedruckter Alt-Taste verschiedene Referenzpunkte setzen und immer nur kleine Bildbestandteile in das Bild rein arbeiten. Immer wieder Alt-Taste klicken, malen, Alt-Taste mit einer einzigen Referenzquelle mit einer einzigen Referenzquelle arbeite. Dann habe ich das Problem, dass es meistens dann wirklich kopiert aussieht. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich mache also immer nur ganz kleine Stücke. Immer wieder gedruckte Alt-Taste neuen Referenzpunkt setzen. Bis ich am Ende hier diesen oberen Teil entfernt habe. So, dann gucke ich nochmal ein bisschen, wo es kopiert aussieht und werde da einfach nochmal nochmal drüber gehen. Das heißt, auch wenn man das störende Element schon entfernt hat, kann man ruhig bei dem, was dann übrig geblieben ist, nochmal beigehen und das Ganze entsprechend nochmal anpassen. Okay. Das reicht mir für das Schild oben. Als nächstes möchte ich diesen Mast hier entfernen. Da werde ich jetzt nicht das Klonwerkzeug benutzen, denn hier nehme ich mal den Restaurieren-Pinsel. Klicke ich einmal drauf und hier kann ich jetzt einfach, ich muss gucken, dass die Größe ungefähr dem entspricht von dem, was ich entfernen möchte. Und jetzt kann ich einfach, ohne was weiter zu machen, mit gedrückter linker Maustaste hier über das Element, was ich entfernen möchte, malen. Man sieht, ich bekomme sofort so eine Maske angezeigt. Dann lasse ich die Maustaste los und er findet die Foto entfernt das störende Element automatisch. Und gerade bei solchen Motiven, wo wir eine unruhige Umgebung haben, von dem, was wir entfernen möchten, kann man das sehr gut verwenden. So, dann habe ich noch ein weiteres Werkzeug. Das ist hier das Reparieren-Werkzeug. Und das Reparieren-Werkzeug, das funktioniert ähnlich wie das Klonwerkzeug. Auch hier muss ich mit einer Referenzquelle arbeiten. Das heißt, ich setze hier wieder mit gedrückter Alt-Taste einen Referenzpunkt und es geht mir jetzt um diesen Draht hier, den ich entfernen möchte. Ich wähle also etwas unterhalb oder oberhalb von dem Punkt, den ich entfernen möchte, meinen Referenzpunkt. Und dann sorge ich dafür, dass die Größe wieder ungefähr angepasst ist. Das heißt, ich möchte hier die Größe vom Draht haben. etwas überlappend. Also gehe ich mal so auf 25, 30 Pixel. Und jetzt male ich hier wieder einfach drüber weg. Und jetzt wird nicht einfach nur geklont. Jetzt sorgt Affinity Photo dafür, dass es die Stelle betrachtet, wo ich den Referenzpunkt gesetzt habe. Und versucht, das Ergebnis mit Hilfe des Referenzpunktes hier anzugleichen. Das heißt, ich male hier wieder einfach nur drüber weg. Setze mal wieder einen neuen Referenzpunkt. Ich setze ihn nicht direkt in der Umgebung von dem Element, was ich entfernen möchte. Denn dann sieht es häufig sehr künstlich aus. Das heißt, ich suche zwar einen Bereich, der von der Art her ähnlich ist, aber ich suche mal eine andere Stelle aus. Das heißt, ich nehme mal hier einen Referenzpunkt und male jetzt einfach über diesen Punkt weg. Und ich mache immer nur kleine Stücke. Referenzpunkt, malen. Oh, hier vorne ist ein kleiner Fehler vorhin entstanden. Kann ich hier auch wieder wegmalen. Also immer wieder Referenzpunkt setzen, ein Stück malen. Dann auch mal hier nach oben gehen, auf die andere Seite. Und wieder drüber wegmalen. Immer so kleine Stücke, peu à peu. Ups. So, dann versuche ich mal das ebenfalls hier wegzumalen. Und das einfach mit diesem roten Moos oder der Flechte oder was das ist zu ersetzen. Sie sehen, dass ich arbeite immer in ganz kleinen Stücken hier. Weil das liefert am Ende das überzeugendste Ergebnis. Wenn Sie einfach das an einem Rutsch versuchen wegzumachen, dann wird das Ergebnis meistens nicht überzeugend werden, weil irgendwelche Muster auftreten, weil Bestandteile wiederholt werden aus dem Bild. Und dann sieht man das am Ende. Also machen Sie einfach immer ganz kleine Schritte. Ich habe jetzt bestimmt für diese Linie hier, die ich entferne, bestimmt knapp 20 Referenzpunkte gesetzt. Okay. So, Sie sehen, ganz entspannt das Element aus dem Bild entfernt mit verschiedenen Werkzeugen. Ich habe also hier das Klonwerkzeug benutzt. Ich habe hier das Restaurierenwerkzeug benutzt. Und ich habe das Reparierenpflaster hier benutzt. Und je nachdem, was für eine Aufgabenstellung man hat, lohnt es sich hier, verschiedene Werkzeuge ausprobieren. Gut, das wäre das erste Bild. Jetzt wechsle ich mal zum nächsten Bild. Und hier möchte ich jetzt gar nicht retuschieren großartig, sondern hier möchte ich einfach nur dafür sorgen, dass der Himmel hier ein bisschen einheitlicher blau wird und dass dieser Dunst hier aus meinem Bild entfernt wird. Gut, als allererstes muss ich mir mal den Bereich vom Himmel markieren, damit ich den getrennt vom Rest des Bildes bearbeiten kann. Dazu wähle ich hier oben meinen Auswahlpinsel und male jetzt mit gedrückter linker Maustaste einfach hier oben lang. Und der Pinsel findet die Kontrastkanten relativ schnell selber. Das heißt, hier muss ich keine aufwendige Maske erstellen. Denn das macht Affinity Photo hier ganz wunderbar selber. Als nächstes lege ich mir eine neue Ebene an. Hier unten rechts über dieses Symbol neue Pixel Ebene anfügen bzw. einfügen. Und jetzt wähle ich hier diese Ebene aus. Und die Maske, die jetzt erstellt worden ist, die gilt jetzt für diese neue Ebene. Und die werde ich jetzt erstmal füllen. Das heißt, ich nehme hier oben, hier haben wir diese verschiedenen Panels. Und hier gehe ich auf das Panel für Farbe und wähle mit gedrückter linker Maustaste hier die Pipette aus. Ich ziehe jetzt die Pipette einfach hier in den Himmel rein und lasse sie dann los, damit ich hier einen neuen Wert für die Pipette bekomme. Das heißt, ich möchte hier dieses Blau haben. Und, ups, hier muss ich nochmal gucken. So, jetzt muss ich einmal hier auf diese Palette klicken, damit dieser Wert hier als Vordergrundfarbe auch definiert wird. So, wenn ich das gemacht habe, dann kann ich jetzt meine Ebene hier füllen. Dazu wähle ich hier den Fülleimer und brauche jetzt einfach nur innerhalb meiner Maskierung bzw. meiner Auswahl hier einmal rein zu klicken. Und damit wird das Blau, was ich hier ausgewählt habe, direkt in das Bild übertragen. Nachdem ich das gemacht habe, werde ich mit Command-D die Maske hier entfernen. Und man sieht jetzt, wie das Blau jetzt die gesamte Ebene ausfüllt. Das heißt, wenn ich mal die Hintergrundebene ausblende, das hier ist mein Blau, was ich hier in dem Farbpanel erstellt habe. Und das wird jetzt hier einfach als Ebene direkt drüber gelegt. Jetzt kann ich ein bisschen mit den verschiedenen Verrechnungsmodis zwischen den Ebenen experimentieren. Denn man sieht, hier kann das Ganze nämlich entsprechend angepasst werden. Und je nachdem, was für einen Modus ich hier auswähle, wird die darüber liegende, also diese gerade aktive Ebene, mit der darunter liegenden Ebene verrechnet. Und ich wähle hier mal multiplizieren aus, weil hier bekomme ich jetzt ein schönes, kräftiges Blau. Und es gibt jetzt noch eine leichte Unregelmäßigkeit, aber das macht das Ganze in dem Fall auch glaubhafter, als wenn das wirklich so ein komplett einheitliches Blau ist. So, jetzt habe ich also mein schönes Blau hier für den Himmel neu gesetzt und möchte jetzt aber das Bild ein wenig anfassen, denn das wirkt noch nicht sehr überzeugend. Denn wenn ich so einen blauen Himmel habe, dann habe ich in der Regel keinen Dunst in der Landschaft. Und hier hatte ich aber bei der Originalaufnahme ziemlich dunstige Umgebung. Das muss ich jetzt erstmal angleichen. Dieser Dunstbereich, der befindet sich ja auf meinem Originalbild, also wechsle ich hier erstmal wieder in die Hintergrundebene und wähle jetzt das Werkzeug hier in der Werkzeugleiste an. Dunst entfernen. Hier klicke ich einmal drauf und dann bekomme ich hier ein Dialogfenster angezeigt. Und Sie sehen, der Effekt wird schon mit den Einstellungen, die hier voreingestellt sind, angewendet. Und jetzt kann ich hier noch korrigierend eingreifen, indem ich zum Beispiel hier den Regler für Distanz einsetze. Hier wird im Grunde genommen jetzt von vorne nach hinten die Stärke der Dunstentfernung angepasst. Hier kann ich sagen, wie stark der Effekt allgemein angewendet werden soll. Hier bleibe ich mal auf so einem mittleren Wert. Und ich kann hier noch eine entsprechende Belichtungskorrektur auswählen, beziehungsweise verstellen. Ich kann das hier etwas dunkler oder heller machen und das Ganze entsprechend noch anpassen. Hier gehe ich mal ein bisschen heller. Gut, wenn ich fertig bin, klicke ich hier auf Anwenden. Und damit ist dieses Werkzeug in das Bild oder beziehungsweise in diese Ebene hineingerechnet. Und jetzt kann ich noch ein bisschen experimentieren mit meiner Ebene für den Himmel. Ich kann hier so noch die Deckkraft der Ebene ein bisschen anpassen, so wie ich es haben möchte. Aber hier bleibe ich relativ weit rechts. Und damit ist die Bearbeitung hier bei dem Bild auch abgeschlossen. Und ich kann das jetzt als neues Bild exportieren. Und ich kann das jetzt als neues Bild exportieren.